Wenn er daneben geht, äh, werde ich wahrscheinlich sterben. Wie, was das denn? Ach, Mensch, ich dachte, da kann ich Sirene anmachen oder sowas. Ja, super. Okay, dann vergessen wir das jetzt an der Stelle mal. Yeah. Das Match war halt. Oh, oh, Hilfe! Okay. Na, komm, dich mal ja auch so alle. Sackgesicht. Oh, scheiße. Habe ich was gesagt? Mist. Ja, Gott sei Dank. Doch noch geschafft. Und mit Gasflaschen ist cool. Das könnte ich nur ein paar mehr Leute gebrauchen. Der denn schon wieder... Ah, schon wieder so ein Selbstmörder! Ich hasse Selbstmörder! Toll, dafür hätte ich die Gasflasche gebrauchen können. Sind hier noch welche? Nö, wahrscheinlich nicht bei meinem Glück. Ah, das ist ein Selbstmörder! Hilfe! Oh Gott! So. Ich bin hier noch... Liegen hier noch mehr Leichen rum? Nein. Ah, die sind komischen Selbstmördertypen da, den... Oh, Feuerzeuggas. Ja. Let's take a look, shall we? Reiniger... Ha. Wenn ich mir hier Böhmchen basteln... Was ist denn? Ja. Ja, Hilfe! Nein, ich will dir nicht helfen, ich habe Angst. Ja. Ja, Zombies! Verrecke, doch alle! Ja! Naja, wenn man immer so auf dem letzten Loch pfeift, da ist sie nicht so schön. Aha. Polizeiwachenpunk, aha. Ich würde sagen, das wird wahrscheinlich eine nächste Aufgabe für mich. Oh je. Hallo? Kann ich was fixen? Nein, natürlich nicht. Mein Glück. Ah, die Typen, die sehen so aus, als ob sie nicht freundlich wären. Oh, wir haben selbst Mörder. Ja, Hilfe. Ich will shoppen. Ach, vielleicht komme ich hier jetzt dahin. Gut, handeln wir. So, verkaufen. Hier diese komische... Wo ist er? Hm, diesen brutalen Streitkolben, ja, den verkaufe ich. Das Vollwert für den Arsch, das Teil. Schwerer Hammer, kannst du auch haben. Verkaufen. Jo. Pistole, zügige Revolver, naja, das behalten wir jetzt mal alles. So, könnte ich jetzt vielleicht mal was tolles kaufen. Mittleres Medikit, das könnte ich jetzt gut gebrauchen. So, muss ich jetzt erst mal fixen. Och, yeah. Gebt mir den nächsten Schuss. Oh, ja. 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 Wo, da läuft hier alles rum. Wow. Wollte gehen. Ich glaub, damit möchte ich mich gerade nicht anlegen. Aber damit... Da kann man alle machen. Freaky. Freaky. Ich hab... Das mag... tauchermesser und scheiß geld geld kann ich aber auch ein jahr so laufen auch mal wieder dahin wo es uns gefällt gasflaschen hallo gasflaschen ich brauche jetzt ist der zeitpunkt gekommen wo ich gute gasflasche gebrauchen könnte da kommt ja einer da kommen sogar mehrere der hat gesessen so wie weit jetzt hier ich brauche das wahrscheinlich schon mal gesagt jetzt unheimlich geil eine zu haben könnte man ja viel spaß mit haben wer hechelt denn hier so hässlich rum nein jetzt war ich mir schon wieder ein scheiße warum selbst so besoffener zuschauer auf die fette was hat scheiße wie sinnlos alter sei sich den arsch vorliegen besser zu so war die gasflasche ich hätte doch hier irgendwo das flasche ich meine irgendwo eine gewesen wo war sie denn wo war sie denn ich weiß sie war irgendwo eine süßig ach egal du lampe also ihr müsst ja hier unbedingt den dicken und den breiten markieren ja auf die fresse so war nett dass wir uns unterhalten haben so gucken wir mal erst mal zurück ein bisschen geld kassieren und so was hat denn hier kann man das ding hier nicht ausstellen noch wenn ich mit der karre noch fahren ne ich bin ich wirklich vor allem jetzt erst mal auf kann ich denn hier bei dem klauen geld jungen geld 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 regiert die welt so wie muss ich nicht? ah, was? ah, hier ist das Alkohol ja, hier, nimm das ist großartig, danke wenn du mehr Alkohol findest, können wir immer benutzen okay, nein, möchte ich hier jetzt gerade oh, ein Cash, wie hoch so, nächster Kandidat wer war denn der nächste hier? der da aufprall, Bauplan, aufprall? ich steck ihn thank you may God have mercy on the source cool schwere Pistole, yeah Moment, was kriegst du hier noch? ah, Cash, boah, Cash gar nicht eingesammelt gehabt, oder was? was ist mit der? wie sehr hässlich oh, klar, Pumstation sicher na, Moment erstmal, muss ich jetzt hier ein bisschen was reparieren was ist mit ihm hier? oh, das wird helfen aber wenn du noch mehr findest bitte, bringe sie zurück schau rund in die Stadt search the back of trucks search the bodies of those who are no longer among the living maybe you'll find something so, boah, geil erstmal hier reparieren so, upgraden ja, nicht auf jeden Fall so, weiter upgraden ich finde Pistolen scheiße ich habe eigentlich keinen Bock da drauf egal modifizieren was ist denn hier aufprallen? was ist denn? schweine kurz jetzt mal das Fleisch zufällig mit einem Elektrohammer geklopft das hast du die Gelegenheit dazu wenn du schaffst das Zeug wie hier beschrieben zusammen zu dengeln das funktioniert aha ja, den mein Baseballschläger cool ja jetzt werde ich mal